Moins und Palmarillos, mein Name ist Sonic und ihr seid hier auf Raps Play. Der gute MKW Punch aka Tim hat mich herausgefordert und es wurde ja gerade eben gewünscht, also ihr seht, ich nehme jetzt auf, wo das gerade gewünscht wurde, dass ich mal mit Olimar spiele. Ich nehme aber den roten Alf, den hätte ich gerne. Oh, den roten Olimar, der sieht cool aus. So, das ist mein erstes Match heute, ich habe eben mein Nickerchen gemacht, bin quasi noch voll im Halbschlaf oder halb im Vollschlaf, man weiß es nicht und jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen einspielen, ja. Also erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen und ich sage euch direkt, ich habe keine Ahnung, wie man Olimar spielt. Ich soll den jetzt einfach mal nehmen, ich nehme den jetzt mal zwei Runden und probiere zu gewinnen. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt auf die Fresse, aber zum Einspielen wird es reichen. Und wir spielen gegen Bowser. Ja, drei Leben spielen wir. Ach du Scheiße. Ich werfe einfach nur hier diese Dinger hier. Ey. Und probiere möglichst... Aua. Irgendwas komisches zu machen mit dem Olimar-Typ hier. Ey. Einfach die Tile spammen oder was macht man? Ey. Alter, das hat sogar zweimal gesessen. Ja, da auf den Trick falle ich ja nicht rein. Oh, jetzt wollte ich den Smash-Attack machen. So, mal schön die Tile hier werfen. Oh, 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 oh. In die Abbie. Nee, da falle ich auch nicht drauf rein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nein. Okay, mit der... Die Out of... Oh, das war knapp. Die Out of Field. Aua, 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 aua. Der Abbie ist ziemlich gut vom Bowser. Erstmal ernten, ernten. Nein. Ich überlebe. Ey, der hat 145 Schaden. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn rauskriegen soll. Alter. Das war knapp. Äh, hat der irgendeinen Killstrow? Weiß das jemand? Kann mich einer ranrufen und das mir sagen? Jetzt hatte ich keine Pikmin mehr. Oh, oh. Killstrow? Hat der nicht, hat der nicht. Ei, 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 ei. Downtilt kills. Wie man das kennt vom Bowser. Downtilt kills. So, jetzt muss ich mal angreifen hier. Yeah, okay. Backair von Olimar scheint zu killen. Oh, oh. Äh. Okay, mit dem Feuerpigmin ist das ganz geil. Olimar, Olimar. He, he. Nimm das. Oh, du hast den Blauen getötet. Oh, ich wollte auch gerade jabben. He, he. Stirb an meinen Pikmin. Oh, okay, er hat mich erwischt. Kacke. Aber ein Leben habe ich noch. Aua. Nein. Boah. Jetzt will er einen bestimmten Suicide starten gleich. Das heißt, oh oh. Das heißt, ich muss auf Range bleiben. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wie man mit dem Typ hier killt. Das ist mein Problem. Nein. Es kam keine Backair raus. Oh, Out of Field. Oh, oh. Oh, oh. Verzeiht mir, dass ich gerade ein bisschen wenig rede. Aber es ist sehr schwer gerade für mich. Oh, oh nein. Okay, du hast gewonnen. Bäm. Okay, einmal probiere ich noch. Einmal probiere ich noch mit Olimar. Oh Mann, ey. Und danach geht es los. Einmal noch Olimar und danach geht es los. Ja, Tim. Gut gespielt auf jeden Fall. Bowser. Kann ich gleich auch mal nehmen. Aber noch einmal Olimar. Diesmal nehmen wir Alf. Zwei Runden reichen aber, ja. Ich hoffe, das reicht. Wie ich ja angekündigt habe. Unter Folge 11. Das müsste jetzt ja Folge 13 sein hier. werde ich mit Olimar verlieren. Aber von Alf habe ich nichts gesagt. Was macht der denn? Ah, okay. Ich habe noch nicht so oft mit Olimar, ehrlich gesagt, gespielt. Ich muss da erstmal gucken. Ich finde, das sieht alles gleich aus, was der macht. Nochmal Bowser, okay? Rückmatch. Ah. Oh, oh. Oh. Und Backthrow. Wenn ich stuhl wäre, würde ich die Down-Air ein bisschen weniger oft machen. Weil ich finde, du machst die sehr oft. Und die ist einfach so leicht zu punishen. Guck. Lass den ja in Ruhe. Komm, ich schmeiße jetzt einfach mal ein bisschen Zeug. Und wenn der es, äh... Und wenn er viel Damage hat... Dann probiere ich ihn einfach zu killen. Die Musik ist cool. Oh, oh. Ah. Nein, die Back-Air kam schon wieder nicht raus. Oh. Ich hätte nicht die Dinger schmeißen sollen. Jetzt probiere ich ihn mal zu killen. Also die Back-Air scheint gut zu sein. Oh, der Forward-Throw. Ach du Scheiße. Oh, oh. Ei, 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 ei. Oh, oh, oh. Sehr schön. Oh, Mann. Ich werde gleich nächste Runde auch mal Bowser nehmen. Dann gucken wir mal, wer... Wer hier der bessere Bowser ist. Ah. Forward-Smash. Killed auf jeden Fall. Äh. Auch die Dash-Attack von Olimar ist so komisch. Oh. Nicht schlecht. Oh, oh. Oh, oh. Angriff, mein Freund. Moment. Oh, oh. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt bin ich tot. Oh. Wuhu. Jetzt geht die Musik auch ab hier. Oh, oh. Oh, oh. Mein Gott. Irgendwie muss der doch mal sterben. Oh, Scheiße. Und ernten. Nein. Oh, ich dachte, jetzt kommt Dauntilt, dann bin ich weg. Nein. Oh, tot. Oh, Mann, ey. Boah, das ist so schwer mit Olimar. Okay. Jetzt nehme ich auch mal Bowser. Mal gucken, wer der wahre Bowser ist jetzt. Auf jeden Fall will ich heute noch mal Mewtwo nehmen. Cloud natürlich wird am Start sein. Captain Falcon bestimmt auch eine Runde. Aber erst mal fangen wir mit Bowser an. Kein Yoshi, Yoshi, Yoshi. Ich hätte aber gern den da. Böp, 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 böp. Alles klar. Zufallstage. In Omega. Küße aus Blei. Bowser ist ein harter Bursche. Okay. Gucken wir mal, wer hier der Bowser ist. Hahaha. Oh, hoffentlich kriege ich jetzt nicht auf die Fresse. Aber du spielst echt gut. Also, muss ich schon sagen. Rob. 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 Oh, ich hab doch Schild gedrückt. Nein, hör auf damit. Oh, jetzt hab ich selber eine Down-R gemacht. Hey. Geh mit den Dreidel. Stirb. Nicht schlecht. Oh. Bowser. Bowser hat ja den übelsten Buff bekommen. Ach, scheiße. Ich hätte einen Up-Straw machen sollen. Haha. Ich könnte jetzt auch mal Rob nehmen. Nein. Das hab ich grad losgelassen. Jetzt hab ich dich. Oh, oh. Kein Dreidel. Oh, sehr schön. Nein. Oh, jetzt kam ich nicht so weit hin. Hör auf damit. Up-Air. Dann krieg ich, kriegst du mal eine Up-Air. Oh, oh. Oh, oh. Ei, ei, ei. Oh. Jetzt hat er erst meinen Sprung gekillt. Ich hab grad auf Spring gedrückt. Und dann hat mich das Zeil erwischt. Der Laserstrahl. Und dann, äh, konnte ich springen. Und dann konnte ich, dann war echt gut abgewartet. Schade. Oh, ich hätte ein bisschen aufladen sollen. Hey. Scheiße. Oh, oh. Oh, 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 oh. Dropkick. So, ich bin der Bowser. Ich weiß nicht, ob du auch nochmal Bowser nehmen willst. Ich nehm, äh, einfach nochmal Bowser. Bowser. Okay, ich bleib noch eine Runde bei Bowser. Und dann nächste Runde nehm ich... Pfff. Nein, nicht siegen. Nächste Runde nehm ich mal Cloud. Ja, nächste Runde nehm ich mal Cloud. Wer Cloud, 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 Cloud. So, Zufall Omega. Da kann ich, äh, auch nichts beeinflussen. Schloss Hyrule. Okay. Auf geht's. Jetzt kommt bestimmt nochmal ein Rob. Rob, Rob, Rob. Rob, Rob, Rob. Boah, unser Ganondorf. Oh, den muss ich gleich auch nehmen. Einen Ganondorf muss ich natürlich auch nehmen. Äh. Oh, scheiße. Das soll nach oben werden. Oh, oh. 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 So weit hätte ich gar nicht springen müssen. Oh. Zu null Prozent. Ah. Nicht schlecht. Gegen Bowser ist das gut. Nein, du hast so ein Glück. Oh, jetzt wollte ich wieder nach oben machen eigentlich. Aua. Hey. Man kann ein Downstraw und ne, und ne Downair machen. Wird gerne ein Dorf. Oh, oh. Oh, oh. Alter. 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 Oh, ich bin tot. Ach, komm. Jetzt stirb. Boah. Jetzt reicht's mir. Ey. Jetzt, jetzt greif ich aber an hier. Hart angegriffen wird jetzt. Nein. Zu viel Landing-Lag. Oh nein, ey. Jetzt rolle ich auch noch voll in die Smash rein. Oh nein. Mensch. So, das muss aber reichen jetzt. So, 16 Prozent zu null Prozent. So, das muss aber auch reichen. Nein. Warum spiken das nicht? Warum spiken? Jetzt wollte ich cool sein. Du wärst nie in deinem Leben wieder reingekommen. Und jetzt wollte ich cool sein und dich einfach runterspiken. Und dann mach ich so ne Scheiße. Ich dachte, das zieht einen immer mit runter. Ich dachte, das geht immer. Aber wieder was dazugelernt, Leute. Ihr seht's. So kann man auch einfach beim gegeneinander zocken. Was dazulernt. Oder nämlich mal den blauen Ganondorf. Ich wollte eigentlich Cloud nehmen. Fällt mir gerade ein. Aber egal. Jetzt nehme ich auch mal Ganondorf. Vielleicht bleibt der aber Ganondorf. Lodergriff. Bö, 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 bö. Oh Mann. Aber gut. Für mich betrachte ich jetzt immer den Kampf einfach mal als gewonnen. Obwohl das ja hier sowieso keine Rolle spielt. Denn wir zocken ja für den Spaß. Ähm, ja. Aber gut zu wissen, dass es nicht spiked. Wenn man den Gegner von weiter unten trifft. Ich wette, man muss den Gegner am Anfang vom Spike treffen. Oh, Bowser Jr., den nehme ich auch gleich mal. Ja. Oh, oh. Oh. Oh Mann. Jetzt sowas Blödes. Oh, oh. Ey, jetzt lasse ich mich hier aber von dem verprügeln. Sag mal. Das gibt's noch gar nicht. Ich komme gar nicht an den Rand. Ich glaube, ich habe noch nie gegen Bowser Jr. gespielt. Oh, mit Ganondorf. So, nimm das. Oh, die Hose. Oh, oh. Nein. Jetzt, was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich habe jetzt gedacht, jetzt mache ich die Abi. Und dann habe ich gedacht, scheiße, du triffst nicht. Ja, gut. Komm, jetzt habe ich aufgeholt. Du machst viel zu oft dieselben Attacken. Das ist nicht gut. Oh. Nein. Ja. Oh, cool. Das klappt. Hey. Was ein Kombo. Was ein Kombo. Ja. Zweimal erwischt. Sehr schön gemacht. Gut abgelenkt. Und tschüss. So, 71%. Aber ich liege mit den Leben vorne. Oh, oh. Yes. Okay, der kommt da zu schnell raus. Oh. Jetzt habe ich in die falsche Richtung gegrabt. Yes. Tee. Oh man, der springt dann immer hoch. Nein. Der letzte Hit von der Upsmash erwischt mich. Weg mit dir. King of Disrespect. Hey. 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 Und. Und. Reicht noch nicht. Und. Yes. Das reicht. Endlich hat es gereicht. So. Ganondorf ist back. War das jetzt meine erste Runde, die ich gewonnen habe? Ne. Mit Bowser habe ich eben auch schon mal gewonnen. Bowser gegen Rob habe ich gewonnen. Aber der Olimar, der war schlecht von mir. Der war schlecht. Gut. Wenn du mit Bowser Jr. spielst, dann spiele ich mit Bowser Jr. Und zwar mit Ludwig. Warte. Er muss Ludwig sagen. Und das bringt mir sonst kein Glück. Ludwig. Er nimmt Ludwig. Ludwig. So. Zufall Omega. Drei Leben. Und einmal mit Ludwig. So. Mal gucken. Ich nehme mir immer die Charaktere, damit du auch mal sehen kannst, wie ich die spiele. Obwohl ich Ganondorf gerade nicht so gut gespielt habe. Mir sind ein paar Sachen eingefallen, die ich hätte noch machen können. Die ich aber selten gemacht habe. Kirby. Ne, den nehme ich nicht gleich. Okay. Nein. Oh, nicht schlecht. Oh Mann. Kirby. 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 Oh. Warum? Warum bist du losgelaufen? Oh. Die hat auch gesessen. Und der Hammer. Eieiei. Backthrow. Backthrow. Oh oh. Oh, oh 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 oh. Dash Attack gegen Dash Attack. Und der Hammer sitzt. Killt aber nicht. Die Down Smash hat gewonnen. Das ist ja bei Kirby. Immer wenn man eine Down Air auf dem Boden macht, kann man eine Down Smash danach machen. Und die trifft zu 100%. Also das weiß der Gute schon. Der hat da schon Ahnung von dem, was er tut. Finde ich aber gut. Ich habe keine Ahnung von Kirby. Also das ist so der einzige, die einzige True Combo, die ich weiß. Nimm das. Oh oh, das wollte ich gerade nicht drücken. Aber hat, es hat seine Wirkung gezeigt. Oh. Oh. Oh oh. Verhaut mich zu pammen. Heiße. Oh oh. Nein. Oh. Erwischt, mein Freund. Oh. Hehehe. Oh oh. Oh oh. Nein. Ai, 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 ai. Oh oh. Depp. Oh oh. Nein. Erwischt mich zu pammen. Ai, 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 ai. Yes. Der Rückschwinger hat ihn erwischt. So und jetzt. Erstmal ein bisschen Schaden machen. Weil einmal wird er mich bestimmt noch killen. Ai, 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 ai. Oh oh. Er setzt auf den Grab. Dann muss ich jetzt ein bisschen defensiv einfach spielen. Oh oh. 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 Ja, guck mal. Er kommt nicht mehr an mich ran. Kann keinen Kill setzen. Und ich spiele jetzt schön defensiv. Und mache ihm die Hölle heiß. Oh oh oh. Oh scheiße. So viel zu defensiv spielen. Yes. Oh oh. Nein. Ja, einmal reicht. Eine Vorwärter reicht. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ah, das war knapp. Schön defensiv. Der muss bei der nächsten Tilt, muss er rausfliegen. Oh oh. Oh man, oh man, oh man. Yes, das war's. Das war's. Ende. Ludwig. So, ich schau mal auf die Uhr. Oh komm. Ich will noch mindestens einmal Cloud und einmal Mewtwo spielen. Einmal Cloud und einmal Mewtwo. Einmal Cloud und einmal. Komm, ich fang mit Mewtwo an. Ups. So, nehmen wir den dunklen, bösen Mewtwo. Bäh, 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 bäh. In einer halben Stunde werde ich nochmal herausgefordert. Ich weiß gar nicht von wem. Muss ich gleich mal nachlesen erstmal. Mal. Im Moment floriert das nämlich hier mit dem Smash Brothers Herausforderungs Format. Aber macht mir auch am meisten Bock, muss ich sagen. Also eigentlich generell, die Smash Brothers Let's Plays machen mir am meisten Spaß. Und ich glaube, Smash Brothers ist auch das Spiel, was ich am meisten Off-Take spiele. Also ohne, dass ich aufnehme. Das meine ich mit Off-Take. Also auf Platz 2 wäre, glaube ich, dann Rocket League. Ja. Muss aber auch mal ein bisschen öfter kommen. Bewohner gegen Mewtwo. Ach du Scheiße. Ja, da geht's schon los. Weg mit deinem dreckigen Regenschirm. Oh. Ah. Wow. Oh, das war knapp. Boom. Alter, jetzt hätte ich dir fast die Fresse rasiert, ey. Aber das war knapp. Backthrow, killt noch nicht. Yeah. Ab, er hat gekillt. Ich finde, Mewtwo macht einfach so Bock zu spielen. Oh, wie blöd. Nein. Das soll keine, äh, keine Dash-Kombo machen. Geißel. Ja. Ah, falsche Richtung. Ja. Geißse. Ah, falsche Richtung. ein C von mir gesehen, ey. Oh! Ah! Ein bisschen abwarten. Och, dieser blöde Blumentopf. Oh, oh. Oh, hoch. Oh, Rakete. Oh, gut, dass ich im Schild geblieben bin. Yes, warum tust du das? Aua. Oh, oh. Ah, falsche Richtung. Oh, Lord, ey. Okay, das hat mich richtig doll erwischt. Kamehameha. Wow, das war auch ziemlich knapp. Tschüss. So, das war's mit Mewtwo. Jetzt nehme ich mal noch eine Runde Cloud. Und dann war's das erst mal, würde ich sagen. Mewtwo macht richtig Bock. Den mache ich auf jeden Fall nach Kettenfangen. Komm, wir spielen noch zwei Runden, ja? Ich nehme jetzt noch eine Runde Cloud und eine Runde Rio danach, äh, äh, Kettenfalken danach. Denn ich muss sowieso noch bis sieben Uhr warten. Deswegen machen wir einfach zwei Matches mehr. Ist ja egal, wenn's zu lang ist. Die Leute sagen, ihr schreiben mich ja immer an, ja, macht doch die Folgen nicht so lang, länger als 15 Minuten will ich nicht zuschauen und so. Aber ist doch gar kein Problem, Leute. Ihr könnt einfach oben aufs, äh, rote Kreuz drücken und dann ist das Video zu. Ihr müsst es ja nicht zu Ende schauen. Es gibt Leute, die gucken sich das ganz an. Die meisten Leute gucken nur so fünf Minuten oder sowas. Das reicht doch. Also ich mach das ja nicht, äh, damit man das alles von vorne bis hinten komplett durchsuchtet. Kann man natürlich machen, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Oh oh. Oh oh. Eine Koopa Klau. Hi. Oh oh. Dipp. Hätt ja ruhig mal jetzt ein Spike sein können. Nein. Das war klar. Und tschüss. Muss ich zwar mein Limit verbrauchen, aber das mach ich dann mit Vergnügen. Ey. Wuh. Jetzt reicht's mir aber. Oh oh. Oh oh. Ah. Ja. Der Letzter hat erwischt. Sollen wir mal ein bisschen aufladen. Mit Limit spielt sich ein bisschen leichter. Oh oh. Mann, warum spike'n das nicht? Oh oh. Downsmash. Killed. Oh oh. Oh oh. Das hätte ins Auge gehen können. Mal kurz aufladen. Mal kurz aufladen. Schade. Schade. Ich dachte, der macht eine Rolle nach rechts. Dann wäre er tot gewesen. Alter. Immer schön den Run unterbrechen. Stirb. Oh oh. Komm. Ich will ein Perfekt. Komm, stirb. Oh oh. Nein, tot. Oh Mann, ey. Ich schaff's auch nicht mit drei Leben, ey. Oh. Jetzt bin ich mal der Drachenmörder hier. Ja. Ja. Ja, endlich. Komm, letzte Runde jetzt auf jeden Fall. Captain Falcon. Einmal Captain Falcon. Vielleicht spiele ich sogar noch eine Runde danach. Ist ja egal. Komm, machen wir noch zwei Runden. Eine Runde Captain Falcon. Und eine Runde... Mit wem bin ich denn noch gut? Eine Runde Captain Falcon. Eine Runde Wario. Mit Wario bin ich auch noch gut. Den habe ich noch so ein bisschen im Blut. Mit Wario. Habe ich ja schon den Guide dazu gemacht. Und so die Charaktere, zu denen ich den Guide gemacht habe. Mit dem bin ich eigentlich noch relativ gut. Außer ich würde jetzt mal sagen Mario und Luigi und sowas. Weil das ist so lange her schon. Ach du Scheiße. Dann habe ich zu denen den Guide gemacht. Auf jeden Fall irgendwann letztes Jahr. Ich meine, wir haben heute den 17. Januar. Ja. Hey. Och komm. Ich will den auf jeden Fall mit einem Knie raushauen. Hey. Das sollte eigentlich eine Abwehr werden. Oh oh. Tschüss. 10% der erste Kill. Oh diese Musik. Oh Scheiße. 34. Warum kann der denn da rausspringen? Noch einen. Oh oh. Tschüss. Tschüss. Och man. Das gibt's doch nicht. Ich drück dir gleich so ein Knie rein. Komm her ey. Nein. Das hat nicht gesessen. Das auch nicht. Komm ey. Ich mach jetzt die ganze Zeit einfach nur Knie. Hörst du auf? Hörst du? Oh. Ich bin tot. Okay warte. Ich kenne dich jetzt erst einmal so. Und das letzte Leben probiere ich dann nur Knie zu machen. So. Erstmal so killen. So. Und jetzt mach ich Knie. Oh. Es sei denn du killst mich jetzt auch das letzte Leben. Yes. Da hat eins gesessen. Oh. So. Ich will dich knien. Jetzt lag's auch noch. Oh so. Ich dachte er hätte mich gecrappt. Nein. Ja. Es hat getroffen ey. Mein Gott. Das ist online so schwer für mich. Ihr müsst mal gucken wenn ich offline zocke. Käpt'n Falken ey. Das ist ein richtiges Massaker. So. Letzte Runde mit Wario. Dann haben wir 40 Minuten. Ich denke das reicht. Denn in 10 Minuten kommt auch. Der nächste Gegner schon. Dann geht's ja weiter. Vielleicht guck' ich dann mal welche Charaktere ich im nächsten Video nehme. Letzte Runde. Mein bester und Wario wird dein Gegner sein. Ich bin gespannt wer mein Gegner sein wird. Hast du Lust auf einen Furz? A fart in your face? A very waft in your. Filthy face. So. Wir sind die bösen Mario Boss Gegner hier quasi. Hey. Aua. Schleuderwerk. Also die Down-Air kann ich dir auf jeden Fall mal abraten davon. Die ganze Zeit das zu machen. Ich bin auch immer so verlockt da drauf. Oh oh. Aber es ist nicht gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ham 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 ham. You're tasting me good. Oh oh. Wuhu. Hier bin ich. Hier hast du vergessen. Ey 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 ey. Wow. Nein. Oh Gott. Ich dachte schon er springt mit mir runter. Alter. Was ist das Kombo. Mit einem Moppet drauf und dann eine Down-Tilt. Gib mir das mal. Tür. Klapp. Klappe zu, Affe tot. Tür. Oh man. Oh. Oh oh. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Kuckuck, Jumbo. Wuhu. Komm schon, Clownie. Wir zählen uns einen Witz. Och komm, jetzt kam die Neutral-Air nicht schnell genug. Jetzt kommt coole Mucke hier. Coole Mucke, Leute. Ist noch relativ ausgeglichen. Noch liegt er vorne. Oh. So eine Kacke. Aber ich könnte ihn mal rausfurzen langsam. Aber ich spare mir das für den letzten Kill auf. Oh oh. Yes. No, 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 no. Ich lebe noch. Nein. Jetzt wollte ich unter der Stage durch. Loops, sagt er. Jetzt reicht's mir. So. 1, 1. Letztes Match. Jetzt zeigt sich, wer der bessere Mario-Bösewicht ist. Ja, sonst noch Fragen? Jetzt ein Furz. Willst du einen Furz? So, jetzt kriegst du einen Furz. Pass mal auf hier. Äh. Was war denn das für ein Furz? Wuhu. So, jetzt muss ich ihn so killen. Das ist ja blöd. Das ist ja langweilig. Wo ist denn mein Furz hin? Habe ich eben schon mal Furz gedrückt? Habe ich eben schon mal Furz gedrückt? Ich wollte ihn jetzt wegfurzen. Naja, gut. So, Tim. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Oder fürs Mitspielen besser. Erst fürs Zuschauen, dann fürs Mitspielen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und vielleicht später noch fürs Mitspielen. Sagen wir das so. Ähm, ich gehe jetzt zu meinem nächsten Gegner. Den muss ich aber noch adden, glaube ich. Ähm, ja, wenn ihr mich herausfordern wollt, schreibt mir am besten auf Facebook. Das ist immer besser als in den Facebook, äh, in den YouTube-Kommentaren. Oder auf Twitter oder sonst wo. Wo man privat am besten schreiben kann. Und, ja, alles klar. Dann, äh, bis zur nächsten Folge. Und dann sage ich, stay pan. Ciao. Anzug. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also treht mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Dreht dir, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot. Ja, ich habe Verbindungsbrot.